Ja, moin moin, ihr Lieben. Ich meine, hallo, wie ich gesagt habe, oder? Sonne im schönsten Bundesland der Welt. Ich habe ja von einem Azoren hochgeträumt und war der festen Überzeugung, Ostern, 14 Uhr, Quickborn-Messstation, 20 Grad. Und alle haben gesagt, Goethe, da merkt doch den Einschlag nicht. Und deswegen habe ich gesagt, wenn das nicht so kommen sollte, dann springe ich in die Kieler Förde. Diese Wette konnte ich locker eingehen, weil 20 Grad, hallo, ihr seht, ich bin jetzt bereits hier in diesem Strandkorb und habe das natürlich schön buschelig und genießt das Leben. Ja, also, könnte mal einer den Schnee hier rausmachen.